Der Mond, meine Damen und Herren, liebe Freunde, und das möchte ich hier in aller Offenheit sagen, ist aufgegangen. Und niemand von Ihnen, liebe Freunde, meine Damen und Herren, wird mich daran hindern, hier in aller Entschlossenheit festzustellen, die goldenen Sternlein prang. Und wenn Sie mich, liebe Freunde, meine Damen und Herren, wenn Sie mich fragen, wo, dann sag ich es Ihnen. Am Himmel. Und zwar, und das sei hier in aller Eindeutigkeit gesagt, so wie meine Freunde und ich uns immer zu allen Problemen geäußert haben. Hell und klar. Und ich schäume mich auch nicht, hier an dieser Stelle ganz konkret zu behaupten, der Wald steht schwarz. Und lassen Sie mich in aller Bescheidenheit hinzufügen und schweigend. Und hier sind wir doch alle aufgerufen. Gemeinsam, die uns alle tief bewegende Frage an uns gemeinsam zu richten. Wie geht es denn weiter? Nun, ich habe den Mut und die tiefe Bereitschaft und die Entschlossenheit, hier in allem Freimut und aller Entschiedenheit zu bekennen, dass ich es weiß, nämlich und aus den Wiesen steigend. Das, was meine Ritten immer ausgezeichnet hat, der weiße Nebel Wunderbar.